Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Zum Beispiel so klein muss das sein. Zeig mal. Nein. Ach, da steht der Name drauf. Deswegen willst du es auspacken, ne? Da liegt auch noch in der gleichen Größe so eins. Ja, 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 ja. Frau Ingenieurin, das siehst du von hier aus. So, Freunde, folgende Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen beim Max Beach Shop Community. Wir haben heute endlich ein bisschen Zeit. Sogar unfreiwillig, mein Vater, aber egal. Komm, ich spiele uns ja richtig gut in die Karten. Und wir würden uns wieder um eure Fanpakete kümmern. Ich danke euch jetzt mal ganz groß für eure ganze Hilfe und euren Support. Wisst ihr, ähm, bist du ungeduldig? Doch, bist du. Doch, bist du. Doch. Voll ungeduldig. Voll ungeduldig. Ja, ich bin dick, das weiß ich selber auch. Okay? Naja. Das habe ich nicht gemeint. Ich wollte nur mit dir kuscheln. Ja, 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 sagen sie alle. Ich wollte nur mit dir Pakete auspacken. Wollt ihr dir Haare schneiden? Nein. Weil ich so rum, ne? Keine Sorge. Ähm, ja, pass auf. Wir wollen uns über eure Pakete kümmern. Wir haben ja letzte Zeit, stand über meinen Haupt, wenig Zeit gehabt. Habt ihr vielleicht gemerkt. Ich war ein bisschen in Stress. Bin ich eigentlich immer noch. Aber es wird langsam besser, weil, weißt du, diese ganzen Gesch... Ach, Mann. Was ist das? Oh, egal. Geht trotzdem noch. Weißt du, diese ganzen Geschichten sind noch vorbei, wo ich so weit fahren muss. Das heißt, dann kann ich mal wieder vor Ort arbeiten. Und dann wieder für uns ein bisschen einfacher. Naja, auf jeden Fall haben sich eure Pakete angesammelt. Seht ihr das? Das sind alles Pakete von euch. Großes Dankeschön. Und ab diesem Video fangen wir jetzt an, die abzuarbeiten. Kommt das tausend Pakete? Tausend. Fast. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Stück? Da ist auch noch eins in der anderen Halle. Dreizehn. Also tausend, sagst du. Fast tausend. Ach so, dreizehn ist also fast tausend. Oh. Oh. Okay, okay, das soll's. Wir werden uns jetzt mal an eure Pakete machen. Ich fange an mit, in dem, in dem, mit dem, mit diesem Paket hier. Das hier sieht gut aus. Wollen wir das nehmen? Ja. Das nehmen wir. Das Paket ist von, keine Ahnung, leider, ich bin ganz ehrlich, manchmal sind noch Namen nicht drauf und ich kann mich halt nicht mal daran erinnern. Ich entschuldige mich für meine Zeit, aber ich dachte, dass die nächste Zeit besser werden. Das Paket ist von Versandservice in der Daimlerstraße. Keine Ahnung, es ist anonym. Ne, steht mein Name drauf. Gibt mir zugeschickt. Sieht ihr? Hier. So, guck mal rein, Hannah, oder? Und hier. Ich bin gespannt. Das bin aber ich. Steht der Name. Das Paket ist von Max, können wir ja sagen. Jetzt haben wir ein schönes Trim. Ich bin echt gespannt. Hört mal fest. Wir haben Luftpolster am Start. Nur Luftpolster. Ach du Scheiße, was ist das denn? Für dich? Was denn? Die passen ja gar nicht. Doch, kannst doch noch. Ist es noch eins? Bei mir spät gar nicht. Oh, armes Potpot. So, was haben wir jetzt? Ich bin ja auch doller als ich. Das ist klar. Ich bin ja auch dollerer Typ. Das war nett. Was haben wir hier drin? Hannah, hier ist eben das Kabel drin. Irgendwas mit Kabel. Und ein Brief. Ein Brief. Produktneuheit. Step-Cut-Kabelschere. Nur eins drin. Hannah. Weißt du, wer es dazu geschickt hat? Nein. Hannah. Das hat uns Klipex zugeschickt. Hannah. Das hat uns Klipex zugeschickt. Soll ich mal ehrlich sein? Ich habe keine Ahnung davon, dass sie mir irgendwas zuschicken wollten. Hannah, das hat Klipex. Das ist doch geil. Das ist top Werkzeug. Klipex ist wirklich gut. Was haben wir denn hier? Geil. Ein Product-Placement. Ohne es zu wissen. Wir sind hier. Lieber Klipex Step-Cut-Cut, mehr leichter Kabel, leichter denn je. Klipex Step-Cut, leichter, keine Ahnung. Nicht gar nicht. Sofort ein Handel. Über eine relationelle Erwähnung freuen wir uns. Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Hannah, wir sind die besten Influencer der Welt. Wir kriegen hier Werbedinger. Wir sind toll zugeschickt. Hatte ich mal eine Ahnung davon. Wie wir jetzt einen davon haben. Bei deinem Zimmer für die Wand. Nein? Okay, komm. Mal gucken, was da drin ist. Komm, bin gespannt. Jetzt zeigt uns Klipex, was man dazu kann. Klipex, weißt Bescheid. Vor allem ich bin da absolut... Aber die Kiste ist schon geil, ne? Ey, das ist ja unglaublich. Die haben mir nicht mal Bescheid gesagt. Die Säcke. Ach, ich habe auch so eine. Ich habe so eine. Hannah, guck mal die Kiste an. Step-Cut. Das ist ein Promo-Exemplar, wa? Das ist ein Promo-Exemplar, wa? Ich mache jetzt mal richtig ins Paddock-Test. Pass mal auf. Wir haben noch Kabel bei. Das lassen wir jetzt mal durch. Okay, die ist ein bisschen guckig, ne? Okay, das war jetzt nichts. Gut, die packen wir jetzt zurück. War jetzt zum Weckschmeißen, ist immer noch zu schade. Dass es überhaupt noch zu geht. Ey, Sachen gibt es nicht. Jetzt kommen ja neue Klipex hier ran, den sie mir mal original zugeschickt haben, wovon ich echt nichts wusste. Ohne Scheiße, wusste ich echt nichts von. Äh, wie kriegt man diese Kiste überhaupt auf? Das Ding ist aber echt mal geil, ne? Hau doch voll rein, das Ding. Da kannst du echt so durchknipsen. Hier auch. Also die Präsentation von den Dingen ist eh der Hammer mit der Kiste, oder? Gucken wir mal hier. Oh, das geht schwerer. Kannst du das auch? Nee. Ich kann das nicht. Heuer? Das Ding ist auch zu schwer. Aber, das Ding ist schon nicht schlecht, ne? Man würde mal sagen, da schmeißt man nicht unsere Weckschalkiste rein. Da braucht keine Sau. Ey, Klipex, ich danke euch, ne? Hanna, ich fühl mich gerade wie Mr. Duet. Echt jetzt? Wo haben wir hier? Ja, ne Wasserpuppenzange! Oh, das ist ja mal geil. Ach Scheiße, jetzt haben die so ein halbes Fahrrad hier rausgeholt. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Fahrrad? Was soll denn mit der denn anfangen? Ich schaue, ich kriege hier Werkzeug. Oh, das kann man nicht zerschneiden, ne? Nein, nein, guck mal, da kannst du ein Zahn mitziehen. Das haben die jetzt hier als Zeug dabei gepackt. Das ist festgeschweißt. So, lösen kannst du mit der Hand nicht. Kannst du aber vielleicht mit Werkzeug. Gut, aber das funktioniert tatsächlich, ne? Wie ist das? Aber ich sag mal so. Kann ich schon nehmen als Spielzeug? Ich will nicht wissen, was das denn kostet. Und das packe ich gleich in meinen Werkzeugkasten rein. Und das werde ich auf jeden Fall nicht wiedersehen. Für mich geht das ganz leicht. Ja, aber guck mal, das ist doch voll die Spielzeugzahn. Aber die ist nämlich stabil, ne? Guck mal eben hier. Vielleicht ist die echt nicht. Boah, und das Ding mal in der richtigen Größe. Warte, ich hab die nämlich nur in Gurkig. Sauf, meine ist mir hier. Guck mal, ich arbeite mit ganzem Zahn. So ist meine. Hier steht es drauf, wie du das abmachen kannst. Hier, das ist eine Art von Zeug. Papa. So. Ja, ich hab's ja gerade so in der Art gemacht. Das Teil ist der Hammer, aber die Größe ist natürlich voll Fahrrad, ne? Aber sonst ist die Kiste ganz freundlich. Wir machen das mal eben mal sleephacks-technisch ganz cool. Guck mal, wir haben die hier. Wenn wir die hier hätten, was hätte es dann passiert, wenn wir die hier hätten? Hey, die brauch ich. Ja? Ander mit, das Ding. Zeig mal. Das braucht die noch. Also die ist doch in der Art. Boah, die wär geil. Auch nicht schlecht. Schick'n dir erstmal so eine Mini-Kniepacks. Aber ich fühl mich jetzt wenigstens gerade gelobt, dass jetzt Kniepacks persönlich mal gesagt hat, oh geil, ich schick dir mal in den Max ein Paket, der will sie gar nicht irgendwo verwursten. Und das Ding ist natürlich der Oberhammer. Dankeschön, Kniepacks. Hauptsächlich für das hier. Andere kleine ist halt natürlich, ich will nicht, was die kostet, aber die wird auf jeden Fall drin verschwinden, weil die ist halt schon klein. Aber egal. So denn, Freunde, bis zum nächsten Mal. Und daran seht ihr, wie folgt das Leben ist. Ich hab's echt nicht gewusst, ne? Munter.